Dieser äusserst geräumige und wunderschöne Ford Toneo Connect könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wiesmann. Der Euro 6 D-Temp Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Die Schiebetüren links und rechts erlauben einen leichten Einstieg. Hinten finden bequem drei Passagiere Platz. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Connect schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher und ein USB-Eingang. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem geräumigen und äußerst praktischen Ford Toneo Connect und seiner guten Ausstattung werden Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in ein Verprobe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.